Moin moin ihr Lieben, heute geht es zu den Looter, rauf nach Bremen. Es wartet also eine 8 Stunden Zugfahrt auf mich, knapp 8 Stunden. Ich mache mich noch schnell fertig und vergesst nicht, in dieser Folge gibt es auch das Gewinnspiel, also die Teilnahme ist in dieser Folge und die Auflösung passiert dann im Laufe der nächsten Tage. Also den Code aus der App, aus der Push Notification rausholen, auf die Webseite gehen, den Vlog angucken und im Livestream dann dabei sein, wenn der Gewinner gezogen wird. Sind noch immerhin 50 Euro. Ich mache mich jetzt fertig und dann geht es ab in den Zug, rauf nach Bremen und dann zeige ich einfach gleich mal ein paar Cinematics vom Stand. Auf, auf, zack, zack, die Waldfee ruft. Uns ist ein kleines improvisiertes Büro, wir haben schnell dann mit ein paar Kollegen im Ausland ein paar Probleme lösen müssen. Heutzutage kann man das dank Internet ja überall machen, also wirklich überall. Schönen guten Morgen, Tag 2 der Messe, gerade aufgestanden, schnell unter der Dusche gewesen, wieder frisch und jetzt mache ich noch eine kleine Videoaufzeichnung von unserem Tracking-Programm, von diesem Lobby-Programm, das wir da vorstellen. Weil es auf der Messe am Stand selber immer so ein bisschen eng ist mit dem Internet und dann weiß man immer nicht so genau, ob man schnell genug aktualisieren kann. Und wenn man ein Video auf den iPads abspielen lässt, dann kann man das wenigstens zielsicher vollführen. Also ich werde schon mit Live-Daten dann probieren vor Ort, aber im Fall der Fälle ist ja nicht schlecht, wenn man eine Alternative als Backup-Lösung hat. Messe selber ist super, es sind ein Haufen interessante Gespräche und was mir halt auch gefällt ist, unser Stand ist relativ nah an den Toiletten und relativ nah an den Getränkeständen, sodass wir jederzeit losmarschieren können und uns einen Kaffee holen oder Limo. Das ist immer ein Haufen Wert, wenn man sich nicht Sorgen machen muss, wo es Getränke gibt und wann es Getränke gibt oder man irgendwie nicht laufen muss. Das ist schon mal top, weil der Stand kann ja nie alleine bleiben und... Nein, doch! Das ist schon mal. Ich mach dir nicht! Sind die Beine drin oder nicht? Ja doch, geht schon. Musik Musik